Hallo, willkommen zum Quad-Cook-Programm. Ich heiße Jan. Und ich bin Arabella. Wir machen ein Apfel-Cook. Die Sudaten. Fünf Apfel, eins Packet gelb Kuchen mischen, zwei Esslöffel Zucker, eins Esslöffel Gerbrost Erdhaube, eins Stange Butter. Schneiden Sie der Apfel im Schießen. Tun Sie der Apfel im die Fahne. Mischen Sie die Ehr, Öl und Kuchen. Mischen Sie die Sudaten in der Schüssel. Es muss eine dicke Flüssigkeit sein. Mischen Sie die Flüssigkeit in die Fahne. Verglühen das Ofen 315 Grad. Setzen Sie Kuchen in der Ofen. Entfernen Sie den Kuchen. Hallo, willkommen zur Quad-Coco-Burban. Ich bin Richard. Und ich bin Alex. Heute wir machen ein Weintraub Salad. Waschen Sie Weintraub mit Kalkwasser. Waschen Sie Weintraub? Stellen Sie die Weintraube in die Schüssel. In einem Schüssel müssen Ramkaiser und Schaumzugersahne bis glatt. Waschen Sie Weintraub? Waschen Sie Weintraub? Waschen Sie Weintraub und Mandolin? Waschen Sie Weintraub? Das ist so schlimm. Hallo, ich bin Alexander. Ich bin Schur. Ich bin Schur. Ich bin Schur. Ich bin Schupple. 7 Zentrum auf die Kopf. Ich bin Schaden. Ja. Ich bin Schaden von der Byebe. Untertitelung des ZDF, 2020